Willkommen zurück zu Herr der Ringe Krieg im Norden. Wir sind im Düsterwald angekommen. So, man trägt wieder ein paar Orks. Ich sehe gar keine Patrouille. Oben stand auch ein Einer. Ein Burgenschützer! Seht her, Sie haben einen Weg herausgefunden. Sie suchen Schutz im Unterholz. Sie laden! So, Nummer eins ist weg. Da ist noch einer. Wo? Da oben wo ich war den Schießer. Weg. Da ist noch einer. Ja, ja den. Mach ich auch. Oh, mich hat einer ungerannt. Der kam von hinten. Oh, Herr. Ah, zwei Bogenschüssen sind hier noch. Ich brauche Hilfe. Das war eine knappe Angelegenheit. Du hast meinen Dank. Ah, liegst du da oben? Ne, da. Ne, hier. Bleib da bevor die angerannt kommen. Oha. Wir müssen uns irgendwie so stellen, dass uns die Bogenschütze nicht treffen können. Am besten. Ich habe keine Kraft mehr. Verdammt. Ich hatte der Bogenschütze erlegt. Ah, der Zweck kommt schon. Oh, schön, dass er sich hier auch selber schlagen. Die schlagen sich selber. Ich war mir sicher mein Ende erreicht zu haben. Schön, dass ich mich täusche. Komm, jetzt geht weg. So, ich hoffe, es war letzte Bogenschütze. Nein, da ist auch nur einer. Ja. Der dürfte aber nicht mehr viel aushalten. Der ist auch weg. Ach, gut, dann komme ich mal her. Waren es alle? Hoffentlich. Ich glaube, ja, dann kann man uns jetzt um die Viecher hier kümmern. Aber ich glaube, wir sollten die irgendwie trennen. Na, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Sieht nicht schon aus, oder? Na, gut. Dann einfach drauf, oder? Ja, da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Gut. Ich habe nicht die Kraft. Hui. Einfach im Durchrollen immer schlagen. Fuss ein Stätzer. Liegt der hier irgendwo? Ah, hier ist auch noch einer. Ach, nein, oder? Hier hinten war einer. Ah. Wir kommen ja. Zack. Der ist auch weg. Oh, dafür ist hier direkt ein neuer. Oh, ganz viele neue. Hilfe. Verdammt. Ich bin am Boden. Da kommen jetzt, äh, drei große und zwei Bogenschützen. Ja, ich komme sofort hin. Habe ich noch einen. Versuch oben rum zu kommen. Komm schon, du wirst uns doch nicht den Stich lassen, wenn wir dich brauchen. Ah, ich habe jetzt auch wieder zwei. Ah, okay. Ich bin, ich lebe wieder. Ah, okay. Ich bin schwer verletzt. Der ist weg. ich bin bald am Ende ja ich hoffe der Zwerg ja der Zwerg hat geholfen der Zwerg hat sich schon geholfen ja Alter meine Güte die er die euch das Blatt gemacht hat es sind ja auch drei von den vor vier von den großen Lauf nur noch rum ja so hat er ist weg eine schon mal weg jedoch nicht der Liebte noch jetzt aber nicht mehr doch immer noch dafür bin ich hier am Boden das wird nichts verlass uns jetzt nicht Lehrmeisterin wir brauchen dich komm schon Zwerg ja der Zwerg schau das jetzt ich hab die ja alle ich will mir sicher mein Ende erreicht zu haben schön dass ich mich täusche hat er geschafft gut treffer der ist weg wieso trifft er mich wenn er nach vorne schlägt und ich hinter dem stehe ich brauche Hilfe ich brauche Hilfe Aua dann nimm doch nen Trank da hast du keiner mehr ja doch aber ich weiß nicht wie ich später vielleicht noch brauche wieviel Tränke hast du acht ich auch das ist genau was ich brauche ich sag ihm das nicht sonst macht er es auch noch war es das war es das? war es das? sieht so aus das lief ja fast gut ja man mussten das nur einmal neu versuchen ja hier ist etwas das ich gebrauchen kann du kannst diesen Gegenstand nicht nehmen da der Inventar mal wieder voll ist so ich kann ich hab ja auch noch nen Punkt mein Inventar ist voll ich hab ja noch die Kiste ich hab ich stell grad ein bisschen Brot her wenn wir irgendwann mal Brot brauchst sag Bescheid mach ich ein Heilmittel noch ein Heilmittel ich besitze nichts was dazu passt ich besitze nichts was dazu passt ok aber ich hab wieder vier Plätze frei ist doch was das kann ich gut gebrauchen so ok gehts hier oben oder irgendwo hin hier ist nichts dies wird sich als nützlich erweisen da da was tust du da ich hab noch fünf Punkte ich hab noch vier dann behalte ich so was ja ich hab ja auch ich hab man lernt ja mit der Aktion dass man nix nehmen kann weil immer noch ein Punkt fehlt ne ja genau ich hab noch fünf dann gehen wir mal dann können wir ja weiter auch wenns vielleicht ganz nützlich sein kann ja genau das was ich brauche oha noch mehr davon oder lasst mich das mitnehmen ja ja genau was ich brauchte dies hat die Kraft zu heilen diese Blüte ist wunderschön so warte mal eben bevor wir da reingehen wir haben ein paar Tränke herstellen und ein paar Kuchen toll mehr geht schon gar nicht mehr Mist na gut willst du kuchen aber ich hab noch einen lass noch einen ja draußen noch ein paar von diesen blauen Tränken auch da habe ich ja nur äh 29 nee warte mal sieben stück könnte ich getragen dann wäre es dort wieder voll na das bringt ja auch nichts äh hier liegt ne tote Spinne ja hinten auch schon na gut dann auf in die Höhle des Löwen ja wohl eher des Oraks hehehe oder der Trolle sie sehen aus wie ja Insekteneier vielleicht aber so viel und so groß oh oh ich hoffe wir treffen nicht auf die auf äh die Mutter so ein paar Spinnen er hat bloß auf hier vorne ist erstmal ein Speicher äh äh na ein Troll aber der sieht eher aus als Türte die Plauen ja ups ich glaube wir haben beim Fressen gestört ja ja vielleicht ist es ja so eine Dedikatesse will sie probieren ne lieber nicht Na mit Trollen haben wir inzwischen Erfahrung Aua ja sagt sie und kriegt direkt ein auf den Deckel nicht mehr ein grönt oder ja 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 oh ja 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 ich bräuchte Hilfe du hast Hilfe er hat es verkauft er hat sich geschafft es wollte auch Hilfe es muss jetzt wirkt es irgendwie schaffen ein da er konzentriert ja dann der Platz der Brems 2 immer so ab na gut auf ja ich dachte einer muss den Troll ablenken ja ich glaube es macht den Moment der Zwerg ja soll das ist auch gefallen ok so gerade eben ok linkt gut ab ich Der lebt immer noch? Ja, wenn ich mich mag, dann glaube ich. Meine Kraft ist zu gering. Mist. Wuuu. Au. Oh oh. Ah, er hat mich getroffen. Ja, jetzt weggehe ich glaube er wieder. Ich glaube er kommt jetzt zu dir. Ja, weil der Troll hat ihn abgefangen. Er ist der Trollstot. Geh auf rein, wir brauchen nicht noch. Na du bist aber, bist er erreicht, geht doch. Schön, dass ich mich täusche. Oh, Edelstein, okay. Na, sehr schön. So, noch neue Waffen? Wollste das denn so einmal, ja? Was? Edelstein und Waffe und so. Von dem Troll. Aha. Ich nicht, doch. Neue Schulterstück. Boah, ist das schlecht. Ne, ne, ne. Boah, drei Sachen kannst du insgesamt noch plündern. Neue Schulterstück. Ein Bernstein. Und kann wer weiter? Was sind wir denn überhaupt hergekommen? Na, da es nur hier weitergeht. Ja, trotzdem, wenn man einen Ausgang gibt es nicht, als den. Oh, jetzt war ich zu schnell. Habe ich kurz nach dir Enter gedrückt. Naja, das war nicht so wichtig. Der im Netz gehüllte Wald. Na toll, das kommt spinnen. Oh, hier ist noch was zum Plündern. Ja, 66 Münzen. Ja, ich meine etwas. Komm, komm eigentlich zurück. Da oben. Ja. Mal sehen, was sie machen. Ich mag keine Spinnen. Auf dem Fall nicht so große. Oh. Greif an, wenn du nicht aufst. Na, vielen halten mir nicht aus. Jetzt weißt du, was sind. Ja, das sind die. Das sind auch kleine Spinnen. Ja, die große Spinnen kommt gleich bestimmt. Oh, hier ist noch was zum Plündern. Oh, was ist denn? Hm, hm, hm. Das werde ich nehmen. Ich habe noch nie so große Orks gesehen. Orks? Hä? Hat er es bei dir gerade auch gesagt? Ja. Er hat noch nie so große Orks gesehen. Ja. Ich habe nichts mehr. Die Spinnen haben den Zwerg platt gemacht. Ja, mich auch. Mich auch. Oh, oh. Mich gleich auch. Hoch mit dir. Wir brauchen deine Hilfe. Tut mir leid, jetzt in die Lage zu bereiten, mein Freund. Kein Problem. Da kommt der Zwergschiho. Ach, Mann. Was? Muss ich denn jetzt schon wieder reparieren? Ich kann nicht mehr viel einschnecken. Ich brauche jetzt auch wieder... Na, der Zwerg macht schon. Ich brauche mehr Zeit. Das werden immer mehr. Ah, die große Spinn ist ab immerhin weg. Nein. Nein? Noch eine? Oh, dann ist das schon eine neue. Lass mich in Trüben, du Spinnen. Alter. Es sind doch nur Spinnen. Können doch nicht so... Ah, das Zwerg liegt aber... Ah, Hilfe! Die Spinnen hatte mich eingefangen. Ja, habe ich gesehen. Ich brauche Hilfe. Auf die Beine, Medien. Ah, Zweck ist schon. Hä? Hä? Ich bin doch auf den Beinen. Das sind... Das sind... Das sind aber hartnäckige Spinnen. Ah, die ist auch wieder weg, die große. Ach nein, noch eine. So, das war's. Na, hoffentlich. Und da hinten ist noch was zum Plündern. Oh, ist voll, verdammt. Mal in meinen Tag schon mal hier voll. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Platz. Ich mich mal einfach nur ein paar Tränke. Ja, oder so. Ich hätte aber noch Platz. So, und so ich jetzt zwei. Oh, das Köln. Oh. Null Haltbarkeit. Das viel. So, was habe ich sonst noch für Schilder? Diese Blüte ist wunderschön. Und nützlich noch dazu. Null von 150. Das ging noch schnell kaputt. Oh, ich habe eine neue Waffe. Waldläufer und Champion. Ich habe ein Schild. Mit einem Rüstungswert von 193. Plus 20 Schaden und 3% Betäubung, wenn getroffen. 193. Ja, sowas habe ich schon. Dann gebe ich das dem Zwerg. Oh, willst du es haben? Ja, würde ich auch nehmen. Das geht ja so ziemlich schnell kaputt. So, bitte, Sven. Nein. Okay. Ach, die Rüstung ist deutlich schlecht. Das sind ja immer wieder Typen. Das steht bei mir aber. Äh, Zauberstab aus dem grünen Wald. Was? Das Schild. Das war aber Typ Schild. Ja. Ja, ich habe nicht gelesen, was oben drüber stand. Hier sind noch Pilze und Kräuter, die ich einsammeln kann. Oder auch nicht, denn mein Inventar ist voll. Oh, ho, ho, ho. Ist das lästig. Oh, ja, 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 ja. Kannst du mal was drüber geben? Jo. Wie viel Platz hast du? Äh, fünf waren das, glaube ich. Ja, noch vier. Also, mehr nehme ich nicht. Ich brauche vielleicht noch was. Mehr kriegst du auch nicht. Ach, gut. Da stand in der Ecke gerade schon wie heißt Inventar vor, aber ich konnte es trotzdem leben. Lustig. Lass mich das mitnehmen. Spinnen! Juhu. Ja, da. Und ne große auch wieder dabei, ist klar. Ja, ich komme. Ich bin schon tot. Ach, was muss ich sagen? Ja, wenn ihr so lange braucht. Wenn du so schnell wirst. Lass uns jetzt nicht, Lehrmeisterin. Wir brauchen dich. Elberit, das war äußerst knapp. Ja, der Zwerg aber gleich auch. Mit den zwei großen Spinnen. Ich bin schwer verwunden. Ich schreie wieder. Die hat gerade gesagt, die Helden muss man beruhen. Nein, ich bin nicht am Boden. Verdammt, ich bin da nicht. Die Spinner hat mich. Ich bin tot. Das ist der Zwerg. Das ist ein Problem. Warte, ich komme. Ja, der Zwerg hat schon. Ich dachte, Helden wären dazu bestimmt lange zu leben. Ich lebe doch auch noch. Irgendwie passt das nicht immer mit der Sprachausgabe. Ne. Das passt auch nicht mit dem Text und der Sprache. Ja. Meine Güte. Ein Helm. Das ist das feiner. Oh, er fordert 25 Ausdauer. Ja, schön, dass da auch Punkte ist. Ja, 90 Rüstung. Ausdauer. Ja, ja. Es weiß ich manchmal. Ja, mir lasst die Zeit, denn ich würde sagen, gewährenden Part mal wieder hier. Das war es schon. Ja, es war schon. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie viel Spinnen uns hier noch auflauern werden. Und ob wir den komischen Zauberer finden. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Du musst mal an der Stelle, wo du stehst, musst du mal die Maus im Kreis drehen. Guck doch mal auf den Boden. Ja, was soll das sein? Aber da, wo ich gerade stehe, sieht so aus, als wenn ich die Maus dann drehe, dass um mich herum auch so ein Kreis entsteht. Aber es ist einfach nur Zufall. Na, da sieht es zumindest mal aus. Na ja, egal. So, dann möchte ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.